Er war der Mann für die Mission Impossible beim HSV im März vergangenen Jahres. Zwei Trainer waren zu diesem Zeitpunkt schon während der Saisons verschlissen worden. Auf Markus Giesdol, der die Spielzeit 2017-2018 begann, folgte im Januar Bernd Hollerbach. Dieses Missverständnis wurde bereits nach sieben Wochen und einem krachenden 0 zu 6 in München wieder beendet. Und danach kam, Christian Titz. Der Trainer der zweiten des HSV brachte seine ganz eigenen Ideen vom Spiel ein, zog einige seiner Schützlinge aus der Regionalligamannschaft zu den Profis hoch und, sammelte auf einmal wieder Punkte. Erst dann unentschieden in Stuttgart, dann ein Sieg gegen den späteren Vizemeister Schalke 04. Und plötzlich war an der Elbe die Hoffnung wieder da. Die Fans blühten förmlich auf angesichts der Darbietungen der radikal veränderten Mannschaft. Man war wieder stolz in Hamburg. Auf einen erkennbaren Stil, auf die eigenen Talente, auf diesen so unfassbar cool wirkenden Trainer. Der war irgendwie eine Mischung aus Robert Lodger Lost Highway und Hub Stevens, beantworte freundlich und angenehm unaufgeregt die Fragen der immer mehr an ihm interessierten Medien. Am Ende fehlten nur noch drei Pünktchen. Am Ende sollte es einfach nicht sein. Zu viele Fehler waren bereits in den vorvergangenen Jahren gemacht worden. Aber mit Ditz, das war klar, würde der Weg in eine bessere Zukunft führen. Doch das schnelllebige Fußballgeschäft machte auch vor Sympathieträgern nicht halt. Als in der zweiten Liga die Ergebnisse über mehrere Wochen nicht zu wahren, wie man sich das vorgestellt hatte, als auf einmal die scheinbar revolutionäre Torwart-Taktik in Frage gestellt wurde und Ditz nicht die richtigen Antworten geben konnte, war es auch um ihn geschehen. Jetzt gab der 47-Jährige bei Sky ein Interview, in dem er seine Zeit beim HSV reflektierte. Es geriet zu einem Blick zurück ohne Zorn. Gefragt, ob er sich immer noch mit dem HSV beschäftige, antwortete der gebürtige Mann Heimer, klar. Wir leben mit der Familie in Hamburg, haben viel Kontakt zu den Menschen, von denen die meisten HSV-Fans sind. Des Weiteren seien im aktuellen Trainerstab noch einige dabei, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe. Nach einer kleinen Phase der Abstandsgewinnung habe er die emotionale Distanz mittlerweile gefunden und schaue sich mittlerweile auch wieder HSV-Spiele an. Die positive Entwicklung der Mannschaft überrascht ihn nicht, ich hatte immer gesagt, dass man 10 bis 12 Spiele benötigt, um sich an die Liga zu gewöhnen und darauf einzustellen, wie tief dich die Gegner erwarten. Beim HSV hat sich das gezeigt, denn die marschieren jetzt weg. Da steigt das Selbstbewusstsein, die Automatismen greifen, die Gegner zeigen mehr Respekt. Ich freue mich sehr, dass das Team den Dreh gefunden hat. Angesprochen auf das angeblich nicht ganz intakte Verhältnis zu Pierre-Michel Lasogga wurde Titz deutlich, Pierre war auch für mich ein wichtiger Spieler, gerade dann, wenn du den Gegner müde gespielt hast. Dann bringt er seine Wucht ein, dann hat er diese Qualität, Räume zu erkennen. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, Pierre ist ein angenehmer Kerl, wir haben die Dinge auch immer sehr klar miteinander besprochen. Ich schätze ihn als Menschen, als Spieler und ich freue mich, wenn er weiter für den HSV trifft. Auch für einen anderen Stürmer hat der extreme lobende Worte. Fiete, Arp, benötigt sicher noch etwas Zeit, wird sich aber durchsetzen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, als Stürmer ziemlich komplett. Er kann ins Dribbling gehen, baut Finden ein, hat einen guten ersten Kontakt, eine saubere Ballmitnahme, kann in der Box spielen. Aber er ist sehr jung ins kalte Wasser geworfen worden, auf ihn ist sehr viel eingeprasselt. Letztlich hatte er für sich gar nicht die typische Entwicklungszeit, um sich körperlich anzupassen. Er ist ein richtiger Swer, der den Verein liebt, sich dafür entschieden hat. Worte, die wohl auch der Youngster mit Wohlwohlen vernehmen wird. Und so geriet Tets Auftritt beim P-Sender zu einer Rückschau mit einem Schuss Wehmut. Ich nehme sehr viele wertvolle Erfahrungen mit, empfinde große Dankbarkeit, dass mir der Verein die Chance gegeben hat, die einzelnen Stufen aus dem Jugendbereich bis hin zur Profimannschaft gehen zu dürfen. Ich nehme aber auch mit, wie eine Situation entstehen kann, die am Ende zur Beurlaubung geführt hat. Das erlebt zu haben, gerade bei einem so großen Traditionsverein, auf den auch starke äußerliche Einflüsse einwirken, ist eine wichtige Erfahrung.